Das Haus der Familie in der Kronstraße 40 in Landau hat viele Angebote für Groß und Klein. Für das Adventskalendertürchen haben sich Susanna Burgdörfer und Heike Weiß eine weihnachtliche Geschichte ausgesucht, begleitet von einer kleinen Spieluhr. Ja hallo, ich bin Susanna Burgdörfer vom Haus der Familie und wir sind in diesem Jahr dabei bei den Landauer Adventstürchen. Darüber freuen wir uns ganz besonders. Wir sind am 2. Dezember dran und werden unser Türchen öffnen, eine kleine Geschichte vorlesen als Impuls für die Adventszeit. Untertitelung des ZDF, 2020